Hallo, ich bin Mohamed Yahya, ich bin 25 Jahre alt, ich komme aus Marokko und ich mache Ausbildung als Verkäufer in Flischerei. Nach meinem Abitur habe ich Marketing und Wirtschaft studiert und ich bin hier in Deutschland seit einem Jahr ungefähr und in dieser Ausbildung habe ich viele Sachen gelernt und das freut mich, weil ich die Gelegenheit, die alten Rezepte zu lernen, das Handwerk ist sehr, sehr wichtig und ich bin stolz, dass ich dieses Handwerk mit erhält. Es gibt nur wenige handwerkliche Mitzkarei. Wir machen viele eigene Produkte hier, zum Beispiel wir machen hausgemachte Schinken, wir haben Knochenschinken, wir haben Fleisch, wir haben alles selber machen und eine gute Qualität und das freut mich sehr zu sagen und die Kunden auch werden sehr glücklich, wenn diese Produkte konsumieren. Außer Verkaufen, ich mache viel bei Flischerei. Ich helfe beim Kochen, ich helfe der Metzgerei, ich bereite vor und ich mache die Bestellung von Kunden und so weiter. Am besten gefällt mir, arbeite ich mit dieser Familie, mit den Kollegen und Kollegen und das macht mir viel Spaß. Sie helfen mir sehr und für mich gibt es eine gute Zukunft. Ich mag mich sehr mit Kunden orientieren, mit Kunden kommunikieren und nach drei Jahren möchte ich gerne meine Ausbildung als Verkäufer in Flischerei Abschluss machen. Das ist für mich ein Traum-Biop. Mach aus deinem Leben ein Werk. 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 Vielen Dank.